Werte Hörer, herzlich willkommen zum Wochenrückblick. In dieser Woche warfen wir einen Blick auf die Strafanzeige gegen eine Fluggesellschaft wegen der Impfpflicht, auf die Wahlen in Afrika, auf die Neuwahlen in Großbritannien, auf Fahrradwege in Peru und auf vieles andere. In der nächsten knappen Stunde hören Sie ausgewählte Beiträge aus Kontrafunk aktuell an diesem 1. Juni 2024. Das sicherste Verkehrsmittel der Welt ist nach wie vor das Flugzeug. Die Piloten sind hochqualifiziert und die Anzahl der schweren Unglücke ist extrem gering. Durch die Impfpflicht in diesem Sektor sieht jedoch manch einer die Flugsicherheit gefährdet. Das betraf in unserem Gespräch am Montag speziell die Fluggesellschaft Swissair. Der Pilot Renato Stiefenhofer gab uns Auskunft. Also mal grundsätzlich, ja, natürlich, da sind wir Piloten uns ziemlich einig, dass die ganze Geschichte mit Corona nicht sauber war, dass da viele Leute geimpft wurden, welche nicht geimpft werden wollten. Das wissen wir alle. Nur ist es einfach auch so, dass wir Piloten sehr an unserem Job hängen und uns da nicht besonders hinaustrauen, um halt da nachzuforschen, was da wirklich Sache ist. Und dieser Pilot von Swiss hat das gemacht und ihm sei Dank, muss ich sagen, dass er sich da rausgewagt hat und tatsächlich dann auch vor der Staatsanwaltschaft Basel und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Strafanzeige gegen die Swiss eingereicht hat. Das ist mal faktisch, würde ich sagen, absolut, oder sagen wir mal juristisch ist das korrekt, dass er das gemacht hat, dass er die Swiss Airline, die Tochtergesellschaft von Lufthansa, anklagt, weil diese Firma hat vorsätzlich gehandelt und den Piloten einen quasi Impfzwang auferlegt. Das ist ja, ich sage es mal, Nötigung. Es ist zudem auch grob fahrlässig, weil die Impfungen waren ja nicht zugelassen. Also es waren ja Gentherapien. Das hört man nicht sehr gerne, aber es ist letztlich eine Gentherapie, weil es ja keine Impfung ist, die getestet wurde. Also von daher ist dieser Bericht absolut richtig, was er da macht, finde ich okay. Impfen gehört auch dazu. Es gibt verschiedene Impfungen, die wir machen müssen. Ich sage es also in Anführungszeichen, weil man muss es nicht unbedingt machen. Es gibt da ein paar Sachen, wenn man nach Afrika fliegt, da muss man gewisse Sachen, Malaria und so weiter, muss man gemacht haben. Aber es gibt auch Dinge, die man nicht machen muss. Aber dann ist das Risiko wieder bei sich selber, wenn man da nicht arbeiten kann, wenn man dann arbeitsunfähig, also die Impfungen macht man normalerweise. Aber das sind dann auch richtige Impfungen und eben nicht Gentherapien. Wenn jemand nicht geimpft werden will, dann sollte er das sagen dürfen und dann sollte er auch weiter fliegen dürfen. Oder da muss die Firma halt sagen, ja gut, im Moment darfst du nicht fliegen, aber das Geld kriegst du trotzdem. Es sind so viele Sachen drin, wenn man denkt, was da an Gruppendruck, was da an Existenzdruck und gesellschaftlichen Druck auferlegt wurde von der Firma Swiss, auch von anderen Firmen natürlich. Das war so ein Take-it-or-leave-it-Ding. Also es ist schon unglaublich, was hier gemacht wurde. Und die Swiss probiert sich jetzt hier rauszureden. Und ich denke mal, wenn das Ganze vor dem Strafgerichtshof ist, dann wird zumindest mal darüber geredet. Ich war ja zu dieser Corona-Zeit, war jetzt zwei Jahre hier in der Schweiz zu Hause. Also ich durfte gar nicht nach Korea gehen. Das wissen wir, die Airline auch. Und ich durfte gar nicht fliegen. Also ich war hier zwei Jahre auf dem Trocknen, natürlich auch ohne Geld. Nichts, das steht im Vertrag drin. Wenn Pandemie draufsteht, dann wird nicht bezahlt. Bei uns war es dann halt relativ einfach. Die Leute, die da waren, die mussten sich impfen lassen und die haben sich auch impfen lassen. Und die durften die zwei Jahre herumfliegen. Nur muss man sagen, in diesen zwei Jahren Corona-Zeit oder zweieinhalb Jahren Corona-Zeit gab es natürlich auch viel weniger Flüge. Und deswegen hat man auch bei anderen oder bei allen Airlines keine signifikante Erhöhung der Zwischenfälle festgestellt. Also es ist schon erstaunlich, wenn ich mal sage, jetzt alle Piloten genannt, also Swiss-Piloten, Lufthansa, welche Airline auch immer. Kein geimpfter Pilot würde zugeben, dass er vielleicht einen kleinen Specheanfall im Flugzeug oder im Cockpit hatte. Das würde er nie sagen, weil die Existenz hat schon Priorität. Von daher ist es hypothetisch zu sagen, was wäre, wenn das bei meiner Airline gewesen wäre. Kann ich so nichts sagen. Es ging ja ums Geld verdienen. Eine Airline muss Geld verdienen und das mal die Priorität. Die sagen natürlich auch, Flugsicherheit ist Priorität. Aber ich denke mal, nach 40 Jahren in der Fliegerei weiß ich, dass das nur bedingt stimmt. Nein, die haben genau gewusst, was sie machen. Und man hat immer sagen können, ja, das Bundesamt für Gesundheit, Bundesrat per se bei uns in der Schweiz oder in Deutschland natürlich Karl Lauterbach, bei welchem der Lift offenbar auch nicht ganz auf dem Weg geht. Die sagen, dass einfach alles okay war und ja, ihr impft jetzt und dann rettet ihr Millionen Menschenleben und das stimmt einfach nicht. Unser Kollege Alex Bauer gab uns aus Peru Informationen aus erster Hand zur Debatte um deutsche Steuergelder, mit denen mehr oder weniger sinnvolle Fahrradwege im Andenstaat gebaut wurden beziehungsweise noch gebaut werden sollen. Radwege, die gibt es hier in Peru seit 1988. Damals wurde in Lima der erste grosse Radweg eingeweiht. Es ist also nicht so, dass die Deutschen uns nun irgendetwas völlig Neues da bescheren würden. Eigentlich ist Lima ja eine ideale Stadt für den Radverkehr oder für zu radeln. Und zwar ist die Stadt flach. Es regnet praktisch nie. Die Temperaturen sind immer so um die 20 Grad. Es wäre eigentlich hervorragend für Radfahrer, wenn die Peruaner nicht wären, wenn dieser Verkehr nicht wäre, der einfach viel zu gefährlich ist zum Fahrradfahren. Und Velofahren oder Fahrradfahren ist hier in Peru eigentlich durchaus beliebt, aber es ist ein Freizeitvergnügen. Das ist vor allem für die Mittelschicht und für die Oberschicht. Und die geniessen natürlich jetzt diese Welowege, wo man wirklich etwas sicherer ist als auf den Strassen. Und was da genau von Deutschland kommt und was es schon vorher gab, ist sehr schwierig herauszufinden. Ich finde es eben grundsätzlich sehr problematisch, dass etwas derartiges unter Entwicklungshilfe läuft. Weil Geld gibt es eigentlich genug in Peru. Das ist nicht das Problem. Das Problem jetzt hier im Strassenverkehr und bei solchen Verkehrsprojekten ist die Bürokratie. Und ich meine, wir reden jetzt von einem Kredit über 315 Millionen Euro. Und das ist richtig. Diese Kredite, die gibt es grundsätzlich. Die müssten zurückbezahlt werden, werden dann nicht immer zurückbezahlt. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Und die sind einfach zu einem vergünstigten Zins. Und das ist eigentlich schon mal etwas gefährlich, weil man nimmt dann diese Kredite auch sehr leichtfertig auf. Vieles geht auch dann in der Korruption verloren. Und es ist ja dann nicht dieser Lopez Aljaga, der diesen Kredit zurückbezahlen muss. Sondern das sind dann spätere Stadtregierungen. Und da sind wir dann wieder in dieser Schuldenfalle. Lima, müssen Sie sich vorstellen, eine 11-Millionen-Stadt, das ist eigentlich schon fast ein Staat. Da gibt es bereits Radwege. Wie gesagt, was dann jetzt von den Deutschen finanziert wird und was nicht, das ist schwer durchschaubar. Das sind auch oft Mischfinanzierungen. Eben die, ich wiederhole mich, Intransparenz, das haben wir eigentlich auch hier. Und hier kommt auch das grosse Chaos um diese 315 Millionen. Das ist ein Gesamtpaket für den Verkehr. Und das ist in erster Linie für ein Bussystem. Also das sind Schnellbusse, die auf einer eigenen Fahrbahn fahren. Und diese Schnellbusse, die gibt es bereits. Also da gibt es bereits ein Netz von diesen sogenannten Metrobussen. Das ist ein hervorragendes System. Funktioniert auch wunderbar. Und ich vermute mal, dass der grosse Teil, also der Hauptteil dieses Kredits ist für den Ausbau dieses Bussystems. Aber, und hier wird nun die deutsche Bundesregierung Opfer ihrer eigenen Propaganda, weil sich eben Busse, die zwar mit Erdgas, nicht mit Diesel betrieben werden, also sind sicher keine Elektrobusse, weil sich das jetzt nicht so gemäss Klima und CO2, weil sich das nicht so gut verkaufen lässt, stellt man die Fahrradwege, die Radwege in den Vordergrund, die aber nur einen ganz kleinen Teil dieses Kredits ausmachen. Wie gesagt, also das Fahrrad ist sicher keine Lösung für den Massentransport in Lima, der übrigens schon heute eh zu 60 Prozent über öffentliche Verkehrsmittel läuft. Also lediglich 10 Prozent sind individuelle Verkehrsmittel, wie meistens das Auto oder Motorräder, gehört auch das Fahrrad dazu. Und 25 oder 30 Prozent sind Fussgänger. Das ist auch ein sehr wichtiges Transportmittel. Also viele gehen auch zu Fuss, zum Beispiel zur Arbeit. Und man stelle sich jetzt vor, wenn jetzt irgendwie diese Leute vom öffentlichen Verkehr, wenn die plötzlich alle aufs Fahrrad umsteigen würden. Das wäre das totale Chaos, oder? Also es ist auch nicht so, dass irgendwie das Fahrrad, dass das irgendwie eine Lösung wäre für die Verkehrsprobleme dieser Stadt. Mit einem peruanischen Journalisten haben wir eine kleine Reportage gemacht. Es sind mal so wirklich durch eine dieser viel befahrenen Hauptverkehrsachsen, durch die Weilers. Das geht auch durch einen armen Viertel streckenweise, durch auch bessere Zonen, sind wir da 10 Kilometer auf einer Radstrecke gefahren. Es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Und wir sind da auch recht gut durchgekommen. Aber die Leute, die wir da angetroffen haben, das sind meistens Leute, die zum Freizeitvergnügen radeln. Und die da etwas ins Grüne rausfahren vielleicht oder Sport betreiben. Wir haben dann aber einige Leute interviewt. Da gibt es auch solche, die zur Arbeit fahren. Ja, die gibt es. Aber das ist eine kleine Minderheit. Und da wird sich keine grosse Änderung ergeben. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Ich meine, wenn Sie irgendwo in den Supermarkt fahren oder irgendwo zum Einkaufen oder auf den Markt fahren, Sie können das Fahrrad nicht irgendwo hinstellen. Das geht keine fünf Minuten und das ist weg. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird in Münster der Preis des Westfälischen Friedens verliehen. Wie sieht es eigentlich mit Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg aus? Darüber sprachen wir mit Alexander von der Schulenburg. Er ist ehemaliger Top-Diplomat der UNO und war bei zahlreichen Verhandlungen und Friedensprozessen dabei. Ist Macron der Richtige für diesen Preis? Nee, natürlich nicht. Also ich finde das im Grunde genommen absurd, was da passiert. Denn wie meisten europäischen Führer lehnen sie ja jede Gespräche ab mit Russland über einen Frieden in der Ukraine. Also ich sehe das überhaupt nicht. Das ist so ungefähr, wenn man in Münster damals eine Gesprächsrunde hatte mit dem Kaiser und der katholischen Kirche und gesagt hat, wir machen jetzt Frieden und die anderen alle nicht eingeladen hat. Zum Beispiel in Genf ist ja Russland und China kommt auch nicht, sind ja gar nicht eingeladen. Also diese Gespräche gibt es ja im Grunde genommen nicht. Und das ist für Europa wäre es ja sehr wichtig. Denn Europa sollte ja heute ein viel größeres Interesse an einem Frieden in der Ukraine haben, als das Russland hat. Und trotzdem benehmen wir es so, als ob wir diesen Krieg noch gewinnen könnten und damit dann sagen könnten, wie der Friede mal aussehen wird. Das wird also, glaube ich, nicht passieren. Deswegen ist natürlich Macron, der gerade seine Truppen da in den Krieg schicken will, und das hat er immer wieder betont, sogar die amerikanischen Botschafterinnen in Berlin hat gesagt, das würde einen größeren Krieg bedeuten, das wäre keine gute Idee. Wie man jemandem einen Friedenspreis geben kann, nachdem man diese Forderungen macht, ist mir völlig schleierhaft. Von den 34 Jahren, die ich gearbeitet habe, habe ich 30 Jahre in Kriegsländern gearbeitet. Natürlich in verschiedenen Positionen, seit 1992 eigentlich in führender Positionen. Und da sind natürlich diese Verhandlungen immer stattgefunden. Ob die immer erfolgreich waren, ist natürlich eine andere Frage. Also der Iran-Irak-Krieg fand zum Beispiel in meinem Haus statt, die Waffenstillstandsabkommen und solche Sachen nicht. Also das habe ich schon erlebt. Wir wissen ja, die haben ja Friedensverhandlungen gemacht, drei Tage nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und die sind ja nach einem Monat sehr erfolgreich gewesen. Die haben sie alleine gemacht. Ich war damals gefragt worden, technische Hilfe zu geben, also über eine englische Organisation. Das habe ich dann auch gemacht. Dadurch weiß ich ein bisschen über diese Verhandlungen. Es ist ja damals eine Glanzleistung der ukrainischen Diplomatie gewesen. Die haben diesen Vorschlag gemacht und in Istanbul haben die Russen das auch angenommen. Da haben die Ukrainer eben keinen Quadratzentimeter des ukrainischen Territoriums abgegeben. Sie haben nur gesagt, dass die Krim innerhalb von 15 Jahren entschieden würde. Aber sonst haben sie kein Territorium abgegeben, auch nicht in Donbass oder irgendwas. Sie haben aber versprochen, neutral zu bleiben. Das war ein tolles Abkommen. Das haben die miteinander abgemacht. Die kennen sich ja sehr gut. Da brauchten sie gar niemanden von draußen zu haben. Also das würde ich denken, das wird auch heute noch passieren zwischen der Ukraine und Russland letzten Endes. Die größere Frage ist natürlich der Krieg zwischen NATO und Russland oder die Auseinandersetzung. Und da wird das ausgesprochen schwierig werden, weil das Vertrauen völlig gebrochen ist. Und ich denke, das muss man einfach anfangen mit kleinen Treffen auf einer niedrigen Ebene, wo man miteinander Gespräche führt, um zu sehen, wo da vielleicht bestimmte Sachen sind, über die man sich einigen kann und das dann langsam auf eine höhere Ebene heben. Das wäre für mich eher so, wie man das vielleicht da machen könnte. Was man zeigen muss dem anderen, das ist beiderseitig natürlich einen gewissen Respekt. Also wenn man sich mal unsere Zeitung anlädt und unsere Politiker hört, und das ist sicherlich in Russland, das ist ja ähnlich, dann ist ja Krieg immer verbunden mit einer enormen Dämonisierung der anderen Seite. Die sind die Teufel, wir sind die Guten. Wir kämpfen für die gute Sache, die für die schlechte Sache und so weiter. Wenn sie anfangen zu verhandeln, dann sollte man darüber überhaupt nicht mehr reden und spielt da dann auch gar keine Rolle mehr. Dann geht es wirklich nur um Interessen. Man muss also herausfinden, welche Interessen sind essentiell für die andere Seite, welche Interessen, welche Interessen sind verhandelbar und dann spielt eine Rolle, wo die militärische Lage ist. Das heißt also, welche Interesse kann der andere eigentlich durchsetzen? Und wenn man das irgendwie abwägt, dann hat man sehr schnell ein doch recht professionelles Gespräch, dass alle diese Sachen, die wir so in Zeitungen hier lesen und dann wird überhaupt keine Rolle spielen. Also das kann man dann sehr schnell machen. Und dazu braucht man natürlich Leute, die was davon verstehen. Die Interessen bleiben irgendwo die gleichen von Seiten Russlands. Sie wollen eben eine Ukraine haben, die nicht in der NATO ist. Sie wollen den Zugang zum Schwarzen Meer sichern über die Krim. Und sie wollen natürlich die russisch sprechende Bevölkerung oder die pro-russische Bevölkerung, die ja bei den Wahlen immer ungefähr 50 Prozent waren, ihnen einen sicheren Status dort geben. Heute wird das anders aussehen. Ich glaube kaum, dass die Ostukraine wegen der Bevölkerung auch noch zur Ukraine gehören will. Wir haben sie ja jetzt zwei Jahre lang bombardiert mit unseren Waffen. Denn alle Waffen, die wir schicken, die fliegen ja in die Ostukraine. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da sehr viel negative Reaktionen haben von diesen Leuten, überhaupt noch in einem gemeinsamen Staat mit den anderen Ukrainern zusammenzuleben. Dem muss man wahrscheinlich jetzt heute Rechnung tragen. Ich kenne keinen einzigen Krieg, der verhandelt wurde, wo man sagt, die militärische Situation spielt keine Rolle. Die spielt natürlich immer eine Rolle. Deswegen kommt es ja darauf an, dass man immer sehr früh anfängt zu verhandeln. Und das ist ja hier in dem Fall auch passiert. Das war eben unser Fehler, dass wir das damals nicht unterstützt haben, weil wir gedacht haben, wir würden das sehr leicht gegen Russland gewinnen. Das ist nicht eingetreten. Und jetzt sind wir natürlich im Westen, vor allem die NATO-Staaten, sind in einer schwierigen Situation. Denn sie würden ihr Gesicht verlieren bei solchen Verhandlungen. Und sie sind deswegen nicht verhandlungsbereit. Putin war immer verhandlungsbereit. Ich glaube, das können wir sehr ernst nehmen. Und er sagt, natürlich müssen wir die militärische Lage nehmen. Wenn wir sagen würden, das ist ein illegaler Krieg, also man müsste dann auf die ursprünglichen Situationen zurückgehen, und das müsste dann natürlich ein Prinzip sein, das für alle Kriege gilt. Und das könnten wir ja doch gar nicht machen. Denn die meisten Kriege, die der UNO-Charta verletzte, haben wir doch geführt. So wie zum Beispiel den Krieg gegen Serbien. Und das würde ja bedeuten, wenn wir die parallel machen, dass wir den Kosovo zurück an Serbien geben müssten, wenn wir die Ausgangssituation haben. Das wird natürlich nicht passieren. Das ist auch gar nicht mehr möglich. Und so entstehen natürlich, wenn man es zulässt, dass es zu einem Krieg kommt, dann entstehen natürlich durch einen Krieg verendete Realitäten. Und das ist hier der Fall. Mit dem parteilosen Oberbürgermeister der sächsischen Kreisstadt Grimma, Matthias Berger, sprachen wir über die im September anstehende Landtagswahl im Freistaat Sachsen. Berger will für die Freien Wähler antreten. Das ist eine Vielzahl von Dingen. Aber ich persönlich habe festgestellt, dass wir hier an der untersten Stelle, sprich auf der kommunalen Ebene, eigentlich erstens die Bittstelle behandelt werden. Ureigenste Dinge, wie die Finanzierung von Kindergärten und Straßen, die müssen wir uns quasi erbetteln. Also das wird mittlerweile ja dann per Fördermittelbescheid, wenn du zu den Glücklichen gehörst, der Fördermittel, die in der Regel völlig intransparent vergeben werden, dann musst du dich dafür bedanken, dass du Geld bekommst für den Kindergarten. Und die kommunale Finanzausstattung, die reicht bei Weitem nicht mehr. Es gibt ja auch eine Untersuchung, die ist gar nicht so alt, vielleicht ein Vierteljahr. Die sächsischen Kommunen sind eigentlich die in Deutschland, wo eigentlich die größte Delta festzustellen ist zwischen den Ausgaben und den Einnahmen. Und die Unzufriedenheit ist ja gigantisch. Also es ist ja vor wenigen Wochen, muss man sagen, ist sogenannte Sachsen-Monitoring in Auftrag gegeben worden, beziehungsweise ausgewertet worden. Und in dem Sachsen-Monitoring, wo etliche tausend Leute zu Hause befragt worden sind, also das war eine wissenschaftliche Evidenz, das Ganze, da haben 90 Prozent der Bevölkerung in Sachsen gesagt, dass sie kein Glauben mehr hat daran, dass die etablierten Parteien sich für ihre Probleme interessieren. Ähnlich schlecht kamen auch die Medien weg, aber 80 Prozent sind der Meinung, dass die Medien nicht mehr objektiv Berichterstattungen gewährleisten. Und so zieht sich das durch. Eigentlich eine schlichte Katastrophe, wo wir momentan stehen und dem gilt es einfach, was entgegenzusetzen. Und da bieten wir uns an. Also wir als Freie Wähler, wir begreifen uns ja nicht als klassische Partei, sondern eher als Bürgerbewegung. Das machen ganz viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei uns mit. Wir sehen nicht mehr ein, dass wir betteln müssen, um die einfachsten Dinge zu bekommen. Ich habe es überhaupt nicht notwendig, hier irgendwie Karriere zu machen. Wenn ich das hätte machen wollen, ich bin da nahezu von allen Parteien angesprochen worden, mitzumachen. Ich bin da auch stolz drauf. Ich bin jetzt in der vierten Legislaturperiode. Ich habe einen Durchschnittswert bei den Bürgermeisterwahlen von 90 Prozent. Und das ist in einer Stadt mit fast 30.000 Einwohnern. Also ich denke, da ist eine Akzeptanz da. Und deswegen, ich hätte das schon längst machen können. Wir haben hier ganz viele mediale Dinge gehabt, die Naturkatastrophen, Hochwasser, die ich mit bewältigen musste als Bürgermeister. Und im Nachgang gab es dann immer einen riesen medialen Hype. Und den hätte man nutzen können. Das ist nur angeboten worden von allen Parteien. Ich habe das immer abgelehnt, weil ich eigentlich immer an der Basis arbeiten wollte. Aber ich merke einfach, das geht nicht mehr. Wir werden hier einfach nur noch verschaukelt. Eines des grauernden Kapitels, welches ich erleben durfte, war hier eben die sogenannte Kreisgebietsreform 2008, wo man gegen Sinn und Verstand Verwaltungsstrukturen geschaffen hat, die völlig ineffizient sind, die nichts anderes geblockt haben, als dass im Prinzip Mitarbeiter von der Staatsregierung auf die kommunale Ebene abgeschoben wurden. Und trotzdem ist es wieder ein Aufwuchs festzustellen, jetzt gerade aktuell wird ja wieder diskutiert, 6.000 Leute auf der Ebene des Landes einzustellen, davon 600 alleine im ministerialen Bereich. Also das ist eine Ausuferung der Bürokratie. Und das geht immer zulasten Kommunen. Wir sind hier eigentlich die, die zum Schluss immer niedergehalten werden, genau genommen kaputt gemacht werden. Für uns interessiert sich keiner. Und ich will mal den Kurt Bietenkopf, den wir alle kennen, zitieren. Der hat gesagt, der Bürger, die Bürgerinnen, die leben primär nicht im Freistaat Sachsen, sondern die leben in ihrer Stadt, in ihrem Dorf. Und das sind genau die, die eigentlich im letzten Jahrzehnt hier am schlechtesten behandelt worden sind. Wir haben insgesamt 59 Direktkandidaten. Davon dürften Stand heute sieben Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister dabei sein. Also ich gehe davon aus, dass vier oder fünf mindestens eine sehr gute Chance haben, das Direktmandat zu ziehen. Und unser primäres Ziel ist es natürlich dann, eigentlich so eine bürgerliche Regierung wieder mal aufzubauen. Das muss man ja eigentlich der CDU vorwerfen, ob auf Bundes- oder auf Landesebene, dass sie eigentlich das, was sie uns mal ausgemacht hat, ausmachen sollte. So gerade dieses Konservative, 80 Prozent der Bevölkerung ist konservativ. Das ist nichts Schlimmes. Der Begriff Konservativ-Querdenker, das ist ja bewusst von dieser ganzen Wogenpolitik immer so in das Legative jetzt gedrückt worden. Das sind ja Dinge, die überhaupt nichts Schlimmes sind, diesen Ehrenwert. Und die CDU auch in Sachsen, das muss man ganz klar sagen, wer die wählt, der wählt genau genommen, wieder grün. Weil es wird nichts anderes passieren, wenn die freien Leere nicht reinkommen. Da gibt es in Sicherheit wieder eine schwarz-grün-rote Regierung. Und dann geht es hier weiter bergab. Und wir wollen eigentlich der Garant dafür sein, dass es wieder eine bürgerliche, konservative Regierung gibt, die dem entspricht, was das Volk eigentlich will. 80 Prozent sind bürgerlich. Und nur durch diese seltsame Wahlarithmetik ist es ja gelungen, dass Linkes-Grün völlig überproportional politisch Einfluss nehmen konnte auf Bundes- und auf Landesebene. Und die Konsequenzen sehen wir ja. Es geht ja in allen Belangen nur noch rückwärts und bewirkt hier immer Angst. Und ich denke, das ist einfach der Punkt erreicht, wo jeder sich einbringen sollte, an der Stelle, wo er ist, um das Schlimmste für unser Land zu vermeiden. Ich sehe die, sage ich mal, als potenzielle Partner für uns, die so denken wie wir. Das heißt eigentlich so ein bisschen modern, konservativ, bürgerlich. Das ist das, was wir wollen. Und dass jeder herzlich eingeladen, der gleich Stämte mitmachen möchte. Und wir kennen da auch keine Brandmauern. Sie werden sich ja vielleicht die Frage stellen mit der AfD. Die ist natürlich für uns kein strategischer Partner, weil ich nicht glaube, dass die AfD echt die Antworten hat auf die Fragen der Zeit. Also wer wie jetzt gerade hier plakatiert, Atomaufberge für Sachsen oder Sexit, also Austritt aus der EU. Das ist einfach Unsinn. Das ist populistisch. Das ist nicht der primäre Partner. Aber wir müssen sehen, ich denke, wir leben in sehr fragilen politischen Zeiten. Wir müssen sehen, wie sich die Sache entwickelt. Alle, die konservativ-bürgerlich denken, das sind die, mit denen wir hier in Sachsen endlich wieder mal die Politik machen wollen, die uns kurz nach der Wende erfolgreich gemacht hat und die dann eigentlich von der CDU verraten worden ist, weil man einfach Machterhalt wollte. Die breite Masse in der Summe hat ein unglaubliches Gespür dafür, wer es ehrlich meint, wer authentisch ist, was funktioniert. Und das ist eigentlich das Problem auch dieser etablierten Parteien, die glauben immer kurz vor der Wahl, den Leuten irgendwelche Sinnlosigkeiten versprechen zu müssen, von denen, wovon allein klar steht, dass sie gar nicht einlösbar sind. Das habe ich nie gemacht. Im Gegenteil, ich habe manchmal einen Schockstarre ausgelöst, weil ich Dinge gesagt habe, das geht eben nicht und das haben mir die Leute eigentlich nie übel genommen. Die haben gesagt, das saugt wenigstens wie es ist und das müssen wir uns einfach mal beibehalten beziehungsweise das muss vielleicht wieder aufgebaut werden. Die Leute sind in der Summe unglaublich klug und dem müssen wir entsprechen. Bis zu 360.000 neue Pflegefälle werden in Deutschland verzeichnet. Die jüngst verkündeten Zahlen ordnete Pflegefachmann Dirk Schmitz für uns ein, der in Baden-Baden eine Klinik mit angeschlossenem Pflegeheim leitet. Wir haben die Situation, dass wir das ja nicht erfahren haben, dadurch, dass das Statistische Bundesamt oder das Bundesgesundheitsministerium neue Zahlen veröffentlicht haben. Die Ursache ist ein Interview, das Karl Lauterbach gegeben hat, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, also der Presseagentur der SPD, also das Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört zur Matzak-Gruppe, Matzak gehört mehrheitlich zur SPD. So und hier ist einfach nur pauschal gesprochen worden im Interview, es sind 300.000 mehr. Jetzt habe ich eine relativ einfache Erklärung und ich bin fast bereit, die unter Beweis zu stellen. Ich habe eine Situation, dass wir heute in Deutschland around 5 Millionen Personen haben, die, wie das so schön heißt, pflegebedürftig sind. Jetzt versteht der normale Mensch, wenn er pflegebedürftig hört, Patient liegt im Bett und nach Möglichkeit in einer Klinik beziehungsweise in einem Pflegeheim. Das ist aber nicht der Fall. Von den etwa 5 Millionen zu pflegenden Personen, sind also weniger als 20 Prozent in stationären Pflegeeinrichtungen. Das variiert ein bisschen. Die Masse liegt zu Hause im Bett mit unterschiedlichen Pflegestufen. Sie kennen die Pflegestufen, die sind von 1 bis 5 sortiert und die Masse bewegt sich 1 oder 2. Das ist im Prinzip die Einstufung. Und die Masse der pflegebedürftigen in Deutschland wird gepflegt von der alten, traditionellen deutschen Familie. Ein kleinerer Teil assistiert von ambulanten Pflegediensten und ein ganz kleiner Teil, der nur noch von ambulanten Pflegediensten versorgt wird. Wobei das nicht so viel ist, weil dann ist man fast schon wieder im stationären Bereich. Das ist die Ausgangssituation. Und wir haben eine sehr schwere Wirtschaftslage in Deutschland. Ich will jetzt nicht jammern über Energiepreise, drohende Arbeitslosigkeit und andere Dinge. Jedenfalls die freien Verfügbarkeiten in den Haushalten sind zurückgegangen. Und in dem Zusammenhang werden dramatisch mehr Anträge auf Pflegestufen gestellt. Und wenn jetzt jemand einen Antrag auf Pflegestufe 1 oder 2 stellt, dann ist der automatisch pflegebedürftig. Der oder die Person war vorher schon pflegebedürftig, ist aber jetzt amtlich dokumentiert mit Anspruch auf Leistungen aus der Pflegekasse. Und genau jetzt sind wir bei Karl Lauterbach. Karl Lauterbach wollte uns nonverbal, sage ich jetzt mal fast, also schon verbal erklären, dass die Beiträge zur Pflegekasse jetzt explosionsartig steigen werden. Das ist eigentlich die Mitteilung von Herrn Lauterbach. Wir haben jetzt ein sehr kleines Pflegeheim. Das ist, wenn ich jetzt meine, ich sage mal, wir haben hier 30 Plätze. Wenn ich die jetzt verabsolutiere, komme ich zu komischen Ergebnissen. Aber ich habe natürlich hier Netzwerke im Umfeld. Wir sitzen hier in Baden-Baden. Also das ist der Landkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg. Wir haben hier keinen sprunghaften Anstieg von stationärer Pflege. Wir haben regionale Anstiege. Wir haben auch einige Pflegeheime, die geschlossen worden sind im Rahmen der Veränderung, Anforderungen Gebäude, aber auch Anforderungen Personal. Und wir kämpfen eher damit, dass die Anzahl der Pflegeplätze sich leicht verringert derzeit. Nicht, dass wir einen sprunghaften Anstieg haben der Menschen, die jetzt in stationäre Pflege rein müssen. Wo geht die Arbeitskraft unserer Pflegekraft hin? Die geht zu etwa 20 bis 25 Prozent in völlig pflegefremde Tätigkeiten, nämlich Dokumentation, Klärungen, Unterlagen, Formalien, die nicht notwendig sind. Also 20 Prozent der Arbeitszeit ist affront perdu, und zwar durch den deutschen Bürokratius, nicht durch die Personen, durch die Patienten, durch die Bewohner, die wir in unseren Häusern haben. Das ist der erste Teil. Da könnte man locker die Hälfte verringern, wenn Deutschland nicht ein bürokratisches Land wäre. Das wäre ziemlich einfach. Der zweite Teil ist noch viel schlimmer. Wir haben die Situation, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr, das ist völlig unstreitig, nicht mehr die Menschen, die zukünftig verstärkt in Pflegeeinrichtungen kommen, einfach betreuen können, weil das Personal einfach nicht mehr da sein wird. Und was macht eine blinde, ich muss sagen, idiotische oder idiotende Politik, muss man ja zwischenzeitlich sagen, eine idiotende Politik, die setzt hoch die Anforderungen an Pflege. Das heißt, wir haben Fachpflegequoten, wir haben sonstige Vorgaben. Das heißt, wir nehmen die Standards hoch, sind aber noch nicht mal in der Lage, die Standards, die wir gestern hatten, zu erfüllen. Ich stelle eine ganz provokante Frage. Wofür bedürfen wir überhaupt eine Fachpflegequote? Wenn eine pflegebedürftige Oma, ich sage jetzt einfach mal Oma, ich könnte genauso gut Opa sagen, zu Hause liegen, dann kümmert sich die Familie aufopferungsvoll um den Menschen. Wir haben die Situation Füttern und Säubern, also die Grundfunktionen und die Frage der persönlichen Fürsorge. In einem normalen Pflegeheim habe ich genau das Gleiche. Ich habe auch medizinische Probleme, je nachdem, aber die sind überschaubar. Die Fachpflegequote führt dazu, dass sie faktisch in vielen Häuser nicht mehr eingehalten wird und im Gegenzug dazu, dass Häuser langfristig keine Perspektive mehr haben. Ich würde die Fachpflegequote komplett abschaffen. Im Interview mit dem Journalisten Thomas Fassbender ging es um die Haltung westlicher Staaten, die Ukraine zu Angriffen auf Russland zu befähigen. Olaf Scholz und Emmanuel Macron haben neulich betont, dass die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf auch Ziele in Russland angreifen darf. Dabei sollen auch von westlichen Staaten zur Verfügung gestellte Waffen zum Einsatz kommen dürfen. Nun, das ist sicherlich ein bemerkenswerter Schritt, dass Macron und Scholz diese Bereitschaft zeigen, zweifellos unter dem Druck der Öffentlichkeit. Ebenso bemerkenswert ist allerdings auch, das haben sie jetzt noch nicht erwähnt, was ich heute las, die USA sind nicht so weit oder noch nicht so weit. Die USA betonen noch, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht wollen, dass vom Westen gelieferte Waffen gegen russisches Territorium eingesetzt werden. Es gibt ja auch die übernächste Stufe, wenn wir das mal als die nächste bezeichnen, die übernächste Stufe, die bereits diskutiert wurde in den vergangenen Wochen, wonach man NATO-Staaten zu erlauben vorschlägt, von NATO-Territorium aus, Raketen, eventuell auch Kampfflugzeuge der Russen, über ukrainischem Territorium anzugreifen und abzuschießen. Das wäre dann noch mal ein Schritt weiter. Also bei der Eskalationskette sind wir noch nicht am Ende, aber definitiv wäre es ein Eskalationsschritt, wenn man den Ukrainern das Recht zugestände, diese westlichen Waffen einzusetzen. Und aus Russland kam ja auch gestern schon die Warnung, das besser nicht zu tun. Bisher war das ja nur gegen völkerrechtlich ukrainisches Territorium. Völkerrechtlich warum? Weil ja auch die Krim mit diesen Waffen beschossen wurde, die völkerrechtlich ja zum Territorium der Ukraine gehört. Schon bei der Kerzbrücke zwischen Russland und der russisch-ukrainischen Krim, also von Russland besetzten Krim, haben wir ja die Problematik, dass der Westen bislang es lieber gesehen hat, wenn die Ukraine sie nicht angreift. Das ist auch immer noch ein offener Punkt, sich diese Politik noch einmal wendet. Aber es geht darum, dass die Ukraine die Lage versetzt wird, sagen wir Abschussbasen, Flughäfen, Truppenansammlungen, aber vor allem Raketenabschussbasen im Hinterland der russischen Föderation, also im Hinterland der Front auf der russischen Seite auf russischem Territorium mit vom Westen gelieferten Bomben oder Raketen anzugreifen. Auch die bisherigen Angriffe gegen Raffinerien, gegen Fabriken, gegen einzelne Anlagen, auch Radaranlagen auf russischem Territorium sind meines Wissens ausschließlich oder jedenfalls überwiegend mit ukrainisch produzierten Drohnen erfolgt. Das würde sich dann auch ändern. Ich glaube, die materielle Basis ist sicherlich gegeben. In großem Umfang sind wir nicht in der Lage, die erforderlichen Mengen an Artilleriemunition, 155 Millimeter Geschosse und andere zu liefern. Das ist ein Defizit. Aber wenn es um Präzisionsbomben geht, Präzisionswaffen wie die Storm Shadow, da gibt es schon noch Reserven, genauso wie es Taurus gibt, die man liefern könnte. Die große Frage, wenn wir darüber reden, was der Westen leisten kann, die große Frage ist, will der Westen sich das Eskalationspotenzial leisten, das er mit dieser Entscheidung öffnet. Der macht ein Fass auf, in dem sehr viel drin ist, wo ich glaube, dass der Gegner, also die russische Seite, im Grundsatz eskalationswilliger ist, als der Westen es sich leisten könnte. Die erste Reaktion ist ja bereits erfolgt. Sie ist medial erfolgt, in dem, glaube ich, Putin selbst gesagt hat oder über seinen Sprecher, dass der Westen sich das besser überlegen soll, weil es nicht folgenlos bleibt. Nun sind solche Aussagen, das bleibt nicht folgenlos. Die sind von russischer Seite schon öfter gekommen. Man hat auch gesagt, der finnische oder der schwedische NATO-Beitritt bleiben nicht folgenlos. Bislang haben wir ja noch keinen Krieg zwischen Russland und diesen Ländern. Die große andere Frage ist, was passiert, wenn der Westen das nicht nur ankündigt, sondern wenn die ersten Raketen aus der Ukraine kommend zu empfindlichen Zerstörungen, empfindlichen Verlusten auf russischer Seite führen. Wenn beispielsweise wichtige Flughäfen zerstört werden, Radaranlagen, wenn Angriffe auf Städte erfolgen, dann steht natürlich im Raum, dass Russland eskaliert. Aus dem Grunde gibt es dann ja auch immer wieder die Diskussion um einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen. Ich glaube nicht, dass Russland das will, aber so wie ich die Russen einschätze, sind sie in der Gesamtheit bereiter zu einem großen Krieg, als wir das im Westen sind. Ob es zu einem Umschwung im Krieg führt, ist die eine Frage. Die andere ist, ob es wehtut. Ich glaube, dass bestimmte Raketenschläge, wenn sie erfolgreich ausgeführt sind, gegen russische Flughäfen, gegen Basen, sagen wir mal, der nuklearen Streitkräfte, gegen Großradaranlagen, ich meine, stellen Sie sich mal wirklich vor, es fliegt eine Rakete auf den Kreml. Glauben Sie nicht, dass Russland dann binnen fünf Minuten die Atombaffe wirft? Also das sollten wir definitiv glauben. Es gibt eine symbolische Zerstörung, es gibt eine effektive Zerstörung. Ob der Krieg damit in dem Sinn gedreht wird, dass die Ukraine nach dem Einsatz solcher Waffen in der Lage sein wird, massiv Land zu erobern, das glaube ich deutlich weniger. Das Eskalationsrisiko liegt mehr in den Zerstörungen, im Nachschub und natürlich in möglichen symbolischen Zerstörungen. Also wenn die Kerzbrücke von einer solchen Rakete so zerstört wird, dass sie eben nicht wieder in zwei Wochen repariert werden kann, stehen wir vor einer anderen Situation. Der Physiker Dr. Christoph Engelhardt präsentierte uns seine Sicht auf das Projekt Stuttgart 21. Engelhardt bemängelt vor allem den Brandschutz. Bisher verhalten seine Warnungen ungehört. Jetzt wendet er sich mit einem offenen Brief direkt an den Präsidenten des Eisenbahnbundesamtes. Ja, geplant waren deutliche verkehrliche Verbesserungen. Man wollte mehr Kapazität für den Bahnhof erreichen. Man wollte schnellere Verbindungen ins Land erreichen, dafür die vielen Tunnel. Aber diese Planungen wurden schon früh auch von anderen kritisiert. Man hat dort leider es übertrieben. Man wollte zu viel und wollte aber an jeder Ecke sparen. Diese Größenordnung an Tunneln kostet unglaublich viel Geld. Man hat sich insgesamt verrechnet. Also die Rechnung mit dem Tiefbahnhof, dass man auf die Größe der Hälfte etwa reduziert und dann aber die Kapazität verdoppelt. Schon diese Rechnung ging nicht auf. Ganz schlimm, weil lebensgefährlich ist es eben in den Tunneln, wo man aus Kostengründen die Tunnel besonders eng gebaut hat. Besonders dicke Betonschalen, um dem gefährlichen Anhydrit, dem Mineral, was dort aufquellen kann, zu widerstehen. Und dadurch wurden diese Tunnel sehr eng und sehr gefährlich. Ja, also es gibt außer diesen gefährlichen Tunneln den gefährlichen Tiefbahnhof. Auch dort ist der Brandschutz riskant. Auch dort sind zu viele Leute in den Zügen. Die Bahnsteige sind zu eng. Die Flucht über die Fluchtwege dauert zu lang. Das ist also schon auch im Tiefbahnhof der Brandschutz kritisch. Auch im täglichen Betrieb ist der Tiefbahnhof zu knapp dimensioniert. Man hat nur 10 Meter breite Bahnsteige. Das klingt erstmal gut, aber ist tatsächlich für so große Bahnhöfe das kleinste Maß, was man findet. Und ganz schlimm wird es neben den Treppenaufgängen. Dort hat man nur 2 Meter Breite zum Durchgehen. und das ist ein großes Problem im täglichen Betrieb, wenn sich dort also hunderte von Menschen hin und her bewegen wollen neben den Zügen und den Treppen. Und es ist natürlich ein Riesenproblem im Brandfall, wenn man sich auf diesen Wegen evakuieren muss. Das war jetzt der Tiefbahnhof. Der hat aber auch noch weitere negative Wirkung. Er ist sehr schräg gebaut. Also er muss auf der einen Seite die S-Bahn überqueren, auf der anderen Seite die U-Bahn unterqueren und ist dadurch sehr stark geneigt. Das birgt die Gefahr, dass Züge wegrollen und die Gefahr, dass auch zum Beispiel Kinderwagen auf den Bahnsteigen wegrollen. Diese Gefahren hat man nicht im Griff. Sie wurden immer wieder übergangen. Und noch ein weiteres Risiko besteht durch diesen Tiefbahnhof. Das Bahnhofsdach wölbt sich dort genau an der engsten Stelle des Tales, des Stuttgarter Kessels, dort wo zum Beispiel bei Starkregen Ereignissen das Hochwasser normalerweise durch diesen Schlossgarten abfließt. Dort hat man nun einen sechs Meter hohen Wall aufgeworfen, der den Hochwasserabfluss stark einschränkt, was zu einem Rückstau führt, der dann auch die U-Bahn- und S-Bahn-Anlagen mit der Zeit fluten würde. Die Kritik wurde vorher von uns in allen denkbaren offiziellen Verfahren eingebracht, in allen Anhörungen, es wurde sogar geklagt, was viel Geld kostet, wenn man beständig diese Klagen verliert. Diese Klagen wurden verloren, aufgrund formaljuristischer Argumentationen, nicht, weil etwa unsere Kritik an der Sicherheit mangelhaft gewesen wäre, das wurde nie verhandelt. Es war dann der Bestandsschutz, der Vorrang hatte, oder es war die Klagebefugnis, die uns abgesprochen wurde. Also wir haben es auf allen Kanälen versucht, wir sind auch so oft, es ging, in die Medien gegangen, es gab auch durchaus gute Beiträge in den Medien, bis hin zum Beispiel zur Anstalt, die also auch vor ein paar Jahren einen sehr guten Beitrag gebracht hat, aber all diese Medien Beiträge wurden nicht aufgegriffen, es wurde nicht nachgehakt, es wurde nicht gefragt, ja, was sind denn die Antworten der Bahn, was Man hat sich begnügt damit, dass von dort immer nur Formeln abgesondert wurden, dort hieß es dann, ja, alle Sicherheitsauflagen werden erfüllt, die Genehmigung erfolgte regelkonform und alle Belege, die wir angeführt hatten, dass das eben nicht der Fall ist, dass hier die anerkannten Regeln der Technik verletzt werden, dass hier sogar genaue Vorgaben des Eisenbahnbundesamts verletzt werden, das wurde einfach übergangen. Deswegen haben wir uns also praktisch über die Jahre den Mund fusselig geredet, die Finger wund geschrieben und sind an der Wahrnehmungsverweigerung der Verantwortlichen und der Öffentlichkeit letztlich bisher gescheitert, dass wir jetzt nochmal erneut um die Ecke kommen, wie Sie sagen, das liegt daran, dass eben nun ein Gerichtsverfahren wieder zu Ende gegangen ist, zu dem Brandschutz in den Tunneln, wieder eben ohne Klärung in der Sache, nun müssen wir uns an die Öffentlichkeit wenden. Dieser Sicherheitsmangel an dem Projekt ist so unverantwortlich und so groß, dass wir es nun auf dem Wege versuchen. Die katholischen Christen feierten am Donnerstag frohen Leichnam. Zum Katholikentag in Erfurt sprachen wir mit Felicitas Küble vom Block Christliches Forum über die Frage, welchen Stellenwert solche Veranstaltungen haben und in welche Richtung die katholischen Gläubigen geführt werden. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, die Glaubensstärkung könnte sehr wohl deutlicher und besser ausfallen, ist es schon auch eine gewisse beratende Angelegenheit. Es gibt ja zahllose Workshops und Veranstaltungen, auch kleinere Arbeitsgruppen, dann gibt es die Infostände, die Meile mit den zahllosen Gruppen. Wenn man möchte, kann man sich dann auch bei den Ständen oder bei anderen Veranstaltungen beraten lassen. Ich war schon bereits mit 17 Jahren dabei, das war 1978 in Freiburg. Ich würde sagen, damals war es noch ein recht beschwingtes Glaubensfestival mit sehr viel fröhlicher Gemeinschaft und einer gewissen evangelistischen Ausrichtung. Ich kann mich noch erinnern, dass Inge Brück damals begeistert das Lied gesungen hat, Sag Ja zu Jesus, Sag Ja zu ihm. Und das wurde auch mit großer Zustimmung dann aufgenommen. Und ähnliche Vorgänge. Also es war noch wirklich eine glaubensfrohe Veranstaltung und nicht so stark auf zeitgeistige Themen bezogen, auch nicht dieses Ausmaß an Politisierung, was es dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte in ihrer Entwicklung genommen hat. Und es gab allerdings auch zwischendurch mal positive Ausnahmen. Ich erinnere mich an Regensburg im Jahr 2014. Da sind auch mit 50.000 Besuchern recht viele gekommen. Ich glaube in Erfurt werden jetzt 20.000 Teilnehmer erwartet. Insgesamt aber hat man schon den Eindruck gewinnen können, auch meine Freunde, dass es eine verstärkte Politisierung auch bei den Katholikentagen gegeben hat und dadurch der Faktor Glaubensstärkung ins Hintertreffen geraten ist. Damals waren es ja grundsätzliche Auseinandersetzungen unter Bismarck mit staatlichen Behörden und es ging da auch um die Freiheit der katholischen Kirche und nicht um Tagespolitik sondern um die grundsätzliche Unabhängigkeit. Das war ja dann eigentlich eine andere Ebene. Insofern heute werden sehr viele pseudoaktuelle Themen behandelt, vielfach auch Forderungen von Minderheiten als wären sie für die Kirche von größter Bedeutung. Ich erinnere nur an die ganzen Queer-Themen und was so an ähnlichen Minderheiten Positionen immer wieder zu hören ist, der Versuch eigentlich nicht jetzt die breite Schicht der Gläubigen anzusprechen sondern doch recht lautstarke Initiativen um denen also quasi einen Gefallen zu erweisen und der Trend ist deutlich stärker geworden in den letzten Jahren. Es ist schon so, dass auf den Infoständen ab und zu kontroverse Positionen erkennbar werden, beispielsweise bei den Lebensrechtsständen also von Abtreibungsgegnern oder auch familienpolitisch orientierten Gruppen aber insgesamt bei den großen Veranstaltungen habe ich diese kontroversen Möglichkeiten bisher kaum wahrnehmen können in den letzten Jahren. Da scheint doch weitgehend ein zeitgeistlicher Trend vorhanden zu sein. Zum Frieden gehört zum Beispiel eben auch der Friede im Mutterleib und da hätte ich mir schon gewünscht von der Organisation des Katholikentages dass hier klare Zeichen gesetzt werden und das Thema also jetzt nicht nur so in eine Engführung hineingerät weil es schön klingt sondern es sollte auch die religiöse Dimension beachtet werden abgesehen davon dass es um den Frieden mit Gott gehen sollte auf dem Katholikentag und hier Wege aufgezeigt werden dass Christus unser Friede ist und wie wir die Gebote Gottes auch umsetzen können und weil gerade eben die Ordnung Gottes und die Schöpfungsordnung zum Frieden führt Es geht jetzt also nicht allein beim Glauben um Gott und die Seele das wäre dann eine eher sagen wir mal spirituell mystische Position natürlich ist das letzten Endes das Wichtigste die Freundschaft mit Christus und die Beziehung zu Gott die Kirche selber hat ja schon auch noch eine Bedeutung oder sollte sie auch wahrnehmen die über das rein organisatorische oder institutionelle hinausgeht das bedeutet ja zum Beispiel hinsichtlich der Sakramentenspendung oder auch der Verkündigung des Wortes Gottes dass die Gläubigen nicht nur Gemeinschaft untereinander erfahren obwohl das auch wichtig ist sondern eben eine Begegnung mit Gott bekommen und dass die Kirche sie in den verschiedenen Stationen ihres Lebens durch die Sakramente begleitet und auch stärkt von daher hat die Kirche schon auch eine spirituell theologische Aufgabe und nicht nur eine organisatorische Bargeld ist Freiheit aber überall versuchen Banken und Regierungen das Bargeld zurückzudringen in der Schweiz will Richard Koller mit einer Bargeld Initiative diesen Trend stoppen wir sprachen mit ihm über die Chancen seines Projekts die Volksinitiative Bargeld ist Freiheit fordert eigentlich vom Bundesrat dass er immer genügend Noten und Münzen zur Verfügung stellt und das ist so formuliert in der Verfassung weil es für Bargeld in Französisch und Italienisch kein sinngemässes Wort gibt dass er muss Noten und Münzen zur Verfügung stellen genügend so dass man immer dies auch im Wirtschaftskreislauf hat und es gibt noch einen zweiten Absatz dort steht drin dass wenn er in eine andere Währung wechseln will dass er zwingend Volk und Stände fragen muss dass er Volksinitiative machen muss mit einem Ständekantonsmeer in der Schweiz es ist nicht nur aus meiner Sicht so wichtig ich war erstaunt bei der Schweizerischen Nationalbank also auch die aus Resilienzgründen sehen die natürlich das Bargeld auch aus wichtig wenn der Strom wegfällt dann muss die Wirtschaft weiterleben können und dann braucht es ein Zahlungsmittel das auch ohne Strom funktioniert also da bin ich nicht ganz alleine aber aus meiner Sicht ist ganz klar Bargeld verliert immer mehr an Unterstützung Bargeld wird auch abgeschafft hat es gar keine Lobby dahinter die sich für das Bargeld einsetzt währenddessen es eine massive Lobby hat natürlich für die Kreditkartenzahlung für das digitale Geld und da müssen wir in die Zukunft schauen und uns einfragen was kann auf uns zukommen und wenn wir uns diese Frage stellen heisst es wir müssen Bargeld auf jeden Fall für immer und ewig in der Verfassung verankern und schützen sicher es braucht diese Sicherheit aber dass man als Bürger danach Gläsern da steht das ist offensichtlich und das wird auch wohl kaum jemand bezweifeln oder dementieren denn wenn der Staat bei jeder Ausgabe sieht was ich gekauft habe das auch überwachen kann und das ist ja ein bisschen noch der Unterschied was viele nicht verstehen die Kreditkarte hat mit dem neuen Zahlungssystem eigentlich gar nicht so viel gemein weil grundsätzlich geht es darum dass ja eine sogenannte Central Bank Digital Currency auf dem Plan steht und das geht natürlich noch viel viel weiter in den Überwachungsstaat als beispielsweise das was man sich heute unter der Kreditkarte vorstellt wir haben schon die Bahnen also die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn beispielsweise die baut ja schon die Möglichkeit ab dass man mit Bargeld noch ein Ticket kaufen kann auf ihrer Strecke und das soll ja schon 2025 umgesetzt sein dann gibt es immer mehr Firmen auch in den Städten in Restaurants die kein Bargeld mehr annehmen dann geht es natürlich so weit dass man heute mit der digitalen Zahlung Kreditlimiten hat von 80 Franken was ja die Kredite und der digitale Verkehr vom Bargeld auch noch fördert das sind alles Massnahmen heute die Post macht Marketing für Kreditkarten und dort steht ja auch so Slogans wie Bares ist keine Zukunft digitale Karten haben die Zukunft da wird sehr viel Lobby gemacht und die Abschaffung des Bargeld ist nicht die Frage ob das die Politik will sondern da ist die Wirtschaft dahinter und die Wirtschaft wird das so vorantreiben bis fast kein Bargeld mehr vorhanden ist und dann wird die Politik reagieren müssen weil Bargeld herstellen kostet ja auch Geld wir stehen da nicht auf verlorenen Posten sondern es ist eben eine Aufklärungsarbeit es ist die realistische Gefahr dass es in einen Überwachungsstaat geht und wenn dann die Centerbank Digital Currency das einzige Zahlungsmittel ist dann muss der Bürger sich doch einfach klar sein dann kann gesteuert werden wie viel Geld er ausgibt aber auch wo er das Geld ausgibt und welche Produkte das er noch kaufen kann sehen sie heute haben sie keine Produkt Restriktionen aber die neue Währung die wird nicht nur eine Angebots Kontrolle und eine Angebots Manipulation sein sondern eben auch eine Nachfrage Manipulation mit der CDBC kann auch die Nachfrage gesteuert werden also es fängt ja heute schon ein bisschen an mit diesen Kreditkarten die wir da in Bürgerkarten ein bisschen kennengelernt haben aus Deutschland wenn Flüchtlinge jetzt nur noch eine Karte bekommen dort auf der Karte steht was sie noch kaufen können und so soll das in Zukunft ja auch dann gesteuert werden für die heute ins Auge fassen müssen und vorbeugen müssen es kann ja nicht sein dass der Bürger in Zukunft dass ihm aufgetragen werden kann vom Staat oder von wem auch immer was er noch kaufen kann und da stehe ich natürlich sicher in der Argumentation auf einem anderen geleis als wenn die Wirtschaft sagt ja der Bürger ist halt bequem und ja er braucht das halt jetzt das ist ja auch nicht etwas was wir bekämpfen wir sagen einfach es muss beides möglich bleiben Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk werte Hörer vielen Dank fürs Zuhören in der nächsten Woche erwarten Sie unter anderem Gespräche zur Aufarbeitung der Corona Maßnahmen Krise und zum Kampf gegen das Windrad Heute um 20 Uhr fünf haben wir wieder Argus Ohren für Sie diesmal mit dem Augenmerk auf Habecks Bürgertest die durch ein Video in Sylt ausgelöste Staatskrise den systematischen ÖRR Klüngel und einiges andere Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 8. Juni ab 5 Uhr morgens hören Bis dahin Machen Sie es gut Ihr Robert Mayer 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020